Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Da ist sie jetzt, hat sie endlich angebissen, die Alte. Und jetzt machen wir sie schön fertig. Oh, 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 liebe Leute, jetzt hätten wir die Chance. Jetzt dürfen wir uns nicht erschießen lassen. Wir nehmen mal die ganze Vorratsenergie von uns hier und wechseln mal die Position, sodass sie uns nicht sieht. So, hier, frisst Blei. So. Man kann hier nur gewinnen, wenn man wirklich sagen wir mal, wenn man die Position wechselt und schön Deckung bleibt. Guck, die denkt, ich bin jetzt immer noch da. Aber da kriegt sie von mir her. So, siehst du? Und jetzt denkt sie, ich bin da drüben. Hey, hör mal, besser geht's nicht. Au, 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 na, 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 na. Die ist doch gefährlich, ey. Ihr dürft euch keinen Spaß mit der erlauben. Warte mal, wir gehen mal da rüber, da sieht sie uns nicht so stark. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Das ist ja immer, dass du alles nötige gefunden hast. Yeah, Mann. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Na, natürlich nicht. Ich krieg mal nur ganz schwer wieder raus. Hör mal, Profi, Habibi, Profi. Kein Ding für mich. Was ist denn jetzt hier? Erste Welle-Version. Untersuchen. Alles klar. Rein da. Waffen wieder aufladen. Zack. Rüber da klettern. So, da haben wir die da auch wach. Personalweste. Oh, Laser, Habibi. Wir gehen mal direkt rein. Hier würde ich gerne mal Laser drauf haben. Visualisieren. Hier. Laser drauf, anlegen. Und dann zurück. Dann haben wir noch Schalldämpfer haben wir nicht. Den haben wir schon hier. Ne, den haben wir ja schon drinnen. Zurück. Habibi, du musst Ausrüstung. Ausrüstung. Willkommen in der Ausrüstung. Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wahl, der Waffenausstattung, Fertigkeiten und Talente in einem Platz abzuspeichern. Okay. Oh, das könnte ich ja noch gar nicht, das Menü, du. So, okay. Charakter, Taschen. Wir gehen mal hier rüber. Just one second, liebe Leute. Inventar. Brrrr, wo waren wir denn da? Die Westen, genau. Wachmannsweste, hab ich gesehen. Ideal. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas, was wir ausrüsten können? Nein. Helm oder so? Nee. Mod für Wachmod. Ein Mod wird angelegt, indem man die Objekte mit dem Modplatz auswählt. Okay. Handstopp. Dann können wir höchstens, äh, bei der Waffe eventuell. Vergleich. Nee, warte mal. Äh, wie war denn das? Okay. F-Mode, genau. Nee. Nicht die, die. Genau. Den hätten wir noch vielleicht. Unterlauf lang. Nee, der passt leider nicht da drauf. Hier hab ich erstmal nix. Teleskop-Technisch hab ich auch nix. Als Schrott markieren. Visualisieren. Nee. Ich hab jetzt keinen hier, ne? Und im Wert wär die hier. Natürlich. Dafür brauchst du Stufe 5. Feuerstuhl. Das sind die besten, ja. Okay. Macht nix. Wir gehen, wir laufen einfach mal weiter. So. Wir haben aber gar nicht geguckt, ob sie vielleicht eventuell in ihrer Ecke da oben irgendwas hat, was wir noch gebrauchen können. Aha, siehste. Oh, verbesserte G46. Habibi, lass mal in mein Menü reingucken. Objekt anlegen. Leg mal direkt an. Aha. Sehr gut. Oh ja, öffnen wir das hier. Waffenteile. Nochmal zwei Waffenteile. Oh, 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 oh. Aber das ist jetzt natürlich, ne? Können wir mal die Waffen nach... ...ausstatt... Die ist nicht viel schlecht, die G36, äh, Sturmgewehr, gegnerische Rüstungsschaden. Aber, ja. Dann würde ich ja vorschlagen, quasi, Modo. Ja. Und dann haben wir aber, wir haben ja noch, äh, irgendwas haben wir noch bekommen. Hier haben wir noch irgendwas. Aha. Standard. X45, M9. Stufe 4. Nehmen wir die. Ne? Okay, warte mal. Wir können ja F-Mode. Da gibt es nix. Hier, das ist die G36, made in Germany. Laser drauf. Nee. Ich hab gedacht, ich hätte noch irgendwelche zusätzlichen... Aber gut, okay. Nee, ist in Ordnung. Alles gut. Wir haben alles geplündert, was wir brauchen. Wir können jetzt weiterlaufen. Michel ist jetzt... ...is KO. War ein schwerer Gegner, aber... ...wir haben sie vernichtet. So, wir können mal hier gucken. Auf unserer Karte. Wir sind im Moment hier. Waffenteiler. Wir können mal hier rüber gehen. Gucken wir, was das... Rechts von uns. Ich glaub, hier lag da ein Polizist. So, Angriff abschließend. Neues Ziel. Was? Meine Güte. Schätzchen, ich hab schlechte Nachrichten. Ich komme. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geilern verstanden. Ja, bitteschön. Ich weiß, kann ich für dich aber so. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Mach das. Aber wo sind denn diese Teile der Waffen? Ja? Also, nochmal. Also, nochmal. Ich kann mich nicht anhalten, Herr Wetzel. Wir müssen... Weil, der Computer zeigt mir das noch an. Auf dem Bildschirm. Also, ich normalerweise... Ähm... Normalerweise hätt ich sie genommen jetzt. Warte mal. Ah... Ah... So, Waffenteile, Waffenteile. Aber ich hab die doch genommen. Hey. Da ist doch gar nichts mehr. Also, sowas. Zeig der mir Waffenteile an. Neun Meter Waffenteile. Ab. Ja, komm. Wähl das mal ab. Hier, eine Nebennissung. Okay. Ich weiß. Ja, wenn du hier eine Nebennissung... Eigentlich bräuchten wir nochmal einen Helm. Ein Helm würde uns, glaube ich, nochmal erschützen. Ja. Ja, eigentlich schon so voll eine... Eine richtige Montur. Können Sie damit woanders hinziehen? Okay. Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los! Los! Hä? Die bisschen habe ich doch gerade gemacht. Oh Mann! es war natürlich wieder klar dass man hier verliert da bin ich weltmeister drinnen habibi beim verlieren ich habe doch gerade die mission gemacht weil wir wollen mich wohl veräppeln na komm ich weiß nicht was der leser tut aber er nützt mir nix na komm warum ziehst du denn keine maske an natürlich was denkst du denn dann kommt mal bitte vor komm hallo ja aber du musst ja mal mitkommen oder die kommen eben halt nicht mit privater oberen okay also ging schnell ich laufe gerade noch mal den zweiten weg noch mal ich weiß nicht warum i don't know da hat mich noch nicht gesehen die sind einfach was zum teufel willst du ja natürlich seid ihr viel mehr aber ich bin einzeln und ich kämpfe wie ein löwe habibi hörsam ja 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 na 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 komm da raus jetzt hier ok na komm da ist gut da die der kommt raus da ist er nicht da jetzt habe ich nur noch einen vor mir sehr gut ziel ist neutralisiert jetzt können wir ganz entspannt darüber laufen nicht so richtig entspannt aber so öffne mal die tür jetzt hier das war schrecklich ich muss so schnell wie möglich hier weg alles glück der welt hat raus und heute ordentlich spinat gegessen wie er aus natürlich Popeye die netten leutchen kommen alle wohl behalten zurück ich werde ihnen ein leckeres tunfisch sandwich vorbereiten Minimum Habibi Minimum 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 fertig als platz entsperrt gut ok alles klar jetzt müssen wir aber schnell hier runter und zur nächsten mission lass mich mal kurz auf die straße gehen dann gehen wir mal auf die straße und gucken mal wo ist denn die nächste mission hier kampf es ist ein kampf irgendwie da drüben wir gehen mal rüber ich weiß zwar nicht genau was los ist aber wir können ihnen vielleicht helfen was ist denn hier los hier ist irgendwas chemietechnisch ist das hier die gefährliche zone oder was ist das hier das sieht so alles so gelb aus keine ahnung sieht nicht so gesund aus hier kontaminierter bereich oder sie betreten jetzt kontaminiert das gebiet an alle einheiten wichtige anfrage der wir wollen wissen was das virus im quarantäne bereich in der 22 macht was haben wir denn dafür masken die hat bisschen höhere level anlegen neues objekt wurde hier ok waffen sind alle geladen ok drücke CL und öffnen sie das fähigkeitsfenster um zweite fähigkeit zu fertigkeitsplatz verfügbar platz verfügung und ok ein fertigkeit anlegen eine fertigkeit einsetzen die haben wir denn das ist ja schon alles da fertigkeitsfenster um fertigkeitsfenster um ich kapiere nicht ganz aber gut er sind alle belegt oder nicht okay auf jeden fall wenn wir hier müssen mir in dem bereich da ist irgendwas ok suchen aktivieren sie den virenscanner die zeit rennt ich glaube hier das wäre der nächste der nächste ist wahrscheinlich irgendwo da oben ok lass uns mal hochgehen irgendwie im virenbereich stell dir mal vorhin der corona wäre es so gottes willen das wäre eine katastrophe für die welt hier geht es weiter ihnen stehen fertigkeiten zur verfügung ja drücken sie l und begeben sie sich um fenster fähigkeiten ja habe ich doch was ist denn hier los wir verbrennen hier schnee zum spaß oder was ok warte achtung jawohl haben wir direkt mal erledigt es gesindel da medipack hat er noch was gehabt ja der andere hat noch irgendwas hier liegen gehabt nee das war es ok dann laufen wir mal schnell rüber ist das alles kontaminiert aber kontaminiert ach so ok muss man aufpassen das ist alles kontaminiert ok wir haben es aktiviert jetzt glaube ich den kampf abgeschlossen virus borschung ok ok vielen dank dafür agent unsere ärzte werden die daten bereits aus ok dann lassen wir die mal auswerten wir müssen jetzt mal einen weg hier rausfinden ja schön also in die richtung geht es nicht gleich hier entlang weil wir hier über den hier kommt auch nicht runter also du musst wirklich wieder den weg zurücklaufen naja so ist es halt bei alten spielen da war nicht so viel möglich man hat sie mit einem festen schema und da musst du in der her also wieder hier rüber quasi mode technisch wieder zurück zu laufen auf jeden fall haben wir den aktiviert ok unter gesprungen die treppen runter es gab so viele abstieg möglichkeiten aber fehlt immer dieselbe naja das ist wahrscheinlich bei ok oh ja so ah guck mal hier seitdem habe ich gerade nämlich gesehen von oben jawoll munition alles wieder aufgefüllt alles frisch hier oh sicherheitsholster jawoll objekt anlegen direkt passt doch schicke mickey ja wenn er die waffen warte zacki sehr gut gut bereich verlassen wieder sehr gut wir können mal eine mission gucken für uns wir sind hier in der nähe vom telefon zeichnen auf zeichnung wir können aber auch hier diese telefon auf zeichnung mal nach checken benötigte ein filter natürlich es gab hier irgendwo eine wenn dann ach da liegt es doch schon da was macht er jetzt er geht in ein juweliergeschäft oh mein gott weißt du was das bedeutet es bedeutet gar nichts kein erwachsener mann geht mittwoch morgens um 11 uhr in ein juweliergeschäft er ist nicht der typ für eine affäre alex warum rennst du ihn dann hinterher ah beziehung ne beziehung sage ich dir äh wir hätten da noch eins aber ich würde gerne schon wieder eine nebenmission hier hätten wir wir können erstmal hier zum äh und dann können wir in der nächsten folge sage ich danke fürs zuschauen liebe leute und dann gehen wir in der nächste folge direkt wieder in der hauptmission weiter würde ich sagen 10 region neues gebiet entdeckt ok hunde alles mögliche hier ne alles klar bis zur nächsten folge so